Schon in der Antike wusste man um die Wichtigkeit einer einwandfrei funktionierenden Kanalisation. Heute verlassen sich Kommunen im In- und Ausland auf die KSM-Kanalsanierung Maya GmbH und Co.KG, damit unter der Erde alles so fließt, wie es soll. Die Kernaufgaben des renommierten Fachbetriebs sind die Reinigung und Sanierung von Kanalsystemen jeglicher Art. Ausgestattet mit modernster Technik erforscht das engagierte KSM-Team die Welt unter und in den Gebäuden. Dank TV-Untersuchungen werden die Ursachen stets rasch gefunden und einer prompten Behebung von Rohverstopfungen steht nichts im Wege. Neben Gemeinden setzen auch immer mehr Firmen und Privatkunden auf die Top-Leistungen des mehrfach zertifizierten Bischofshemmer-Unternehmens. Besonders für den zuverlässigen 24-Stunden-Notdienst ist man in brenzligen Situationen immer wieder dankbar. KSM-Kanalsanierung Maya – rund um die Uhr für Sie zur Stelle. KSM-Life